Willkommen zurück. Diesmal was ganz anderes. Phasmophobia via. Ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich was für mich ist. Da bin ich jetzt echt noch am überlegen, aber das schaue ich mir jetzt einfach mal an. Wenn nicht, gebe ich es halt zurück. Das ist ja kein Problem. Mal sehen. Eine Freundin von mir möchte das eigentlich mit mir zocken. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das überhaupt was für mich ist. Deswegen schaue ich mir das jetzt erstmal alleine an, um zu schauen, ob ich es auch weiterhin zocken möchte. Weil eigentlich zocke ich ja auch keine Horrorspiele. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt wirklich gruselig ist. Das wird sich zeigen. Also hier haben wir drei Aufträge. Ich würde sagen, ich nehme einfach hier das erste oder? Zack. 6 Tanglewood Drive. Schwierigkeitsgrad Anfänger auf jeden Fall. Ausrüstungsliste. Okay. Also ich habe hier schon so ein bisschen was dabei zumindest. Nicht viel. Ja, guck mal einfach mal. Ich bin echt gespannt. Also wenn es wirklich richtig gruselig ist, kann es sein, dass ich einfach ausmache. Das kann unter Umständen passieren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht, ob es da das Spiel schon gab, aber es kommt mir so vor, als wäre es zwei Jahre her. Da habe ich mal ein Let's Play gesehen. in Flat natürlich. Also da ging es halt, aber in VR ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Ist klar. Okay, also hier Maus-Kamera-Wechsel. Hier kann man irgendwie... Hä? Irgendwie kann man die nicht wechseln. Keine Ahnung. Also eigentlich steht da Kamera-Wechsel mit der Maus, aber irgendwie tut sich da nichts. Okay. Also ich muss mir jetzt hier wahrscheinlich erstmal was nehmen. Taschenlampe. Kann ich die... Ne, kann ich nicht. Verdammt. Hä? Kann ich mich nicht hinhocken? Hä? Das ging... Ah doch, jetzt. So. Kann ich die nicht irgendwo anheften? Ah doch, da. Da geht's. Okay. Ähm, Geigerzähler ist glaube ich ganz gut, ne? Geist-Field-Meter. Modell 100X. Okay. Nehmen wir mit. Was ist das? Was ist das denn? Radio? Ja, Radio. AM-FM. Radio Receiver. Okay. Brauche ich das? Ich weiß nicht. Was mache ich damit? Zettel und Stift? Was mache ich denn damit? Gut. Achso, man kann nur zwei Sachen anheften und das dritte muss man in der Hand halten. Anscheinend. Ja, okay. Na, komm her. Ah, wieder da hin. Ja, was nehme ich denn als drittes? Also Taschenlampe, Geigerzähler und Kamera? Ich weiß nicht. Steht hier irgendwo, was ich brauche? Hier steht doch was. Reagiert auf alle. Starwa Barton ist anscheinend der Geist. Pinde mit dem EMF-Messgerät. Beweise für das Übernatürliche. Das EMF-Gerät ist doch hier das, ne? Würde ich sagen. Steht jetzt nicht wirklich EMF drauf, aber... Denke ich mal. So. Entkomme dem Geist während einer Jagd. Okay. Jo. Dann. Achso, ich brauche noch was drittes, ne? Was nehme ich denn noch? Ich habe keine Ahnung. Terometer? Ne. Videokamera? Hä? Wie mache ich die an? Gar nicht? Hm. Keine Ahnung. Ja, eigentlich brauche ich keine drei Sachen, ne? Ich muss ja nur mit dem EMF... Erreiche eine durchschnittliche Sanity? Von unter 25%. Was ist denn Sanity? Sanity? Keine Ahnung. Hier hängt ein Schlüssel. Schlüssel habe ich. So. So. Wie komme ich das hier raus? Ich brauche nur zwei Sachen, oder? Soll ich ja Knicklicht mitnehmen? Aber eigentlich habe ich schon eine Taschenlampe. Brauche ich doch kein Knicklicht. Komm. Ich nehme das Knicklicht mit. Egal. So. Wie geht es denn jetzt hier los? Ich will jetzt hier loslegen. Ein bisschen ruckelt es. Müsste ich beim nächsten Mal drauf gucken. Muss ich hier einen Code eingeben? Nein. Nein. Wie starte ich die Kacke denn jetzt hier? Ähm. Gibt es hier einen Startbutton? Enter. Ah, hier gibt es Nachtsicht. Okay. Das funktioniert, aber Kamera wechseln nicht. Doch. Jetzt. Jetzt geht es. Hä? Das ist hier. Das ist die hier. Oder? Ja, 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 ja. Klar. Die kannst du dann irgendwo im Haus hinstellen. Ah. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Ja, nee. Erstmal nicht. Ja, aber wie starte ich denn jetzt hier? Ja, aber wie starte ich denn jetzt hier? Go, go, go. Ich will hier raus. Irgendwas tut sich. Ah. Okay. Okay. Aber es ist dunkel. Ich hasse dunkel. Da ist ein Schneemann. Oh, der ist aber süß. Es regnet. Es regnet und es ist arschdunkel. Also, ne? Dunkel. Ach, nee, ey. Hallo, Schneemann. Der ist süß. So, und jetzt. Also Taschenlampe. Wo habe ich meine Taschenlampe? Die habe ich liegen lassen. Nee. He, 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 he. Die sollte ich natürlich auch mitnehmen, ne? So. Auch viel bringt die aber nicht. Hör mal. Also, da hättet ihr aber ruhig mal eine Highend Taschenlampe reinlegen können. Da ist ja gar nichts hier. An Licht. Junge. Was ist aber auch am Schütten hier? Neck mich einmal. Oh, ist das dunkel? Haben wir schon erwähnt, dass ich dunkel hasse? Also, ich glaube, ich... Also, im Moment, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich das Spiel wirklich öfter zocke. Ich glaube, es dominiert hier in diesem Spiel auf jeden Fall Dunkelheit. Und ich mag keine Dunkelheit. Ach du Scheiße, ist das dunkel... Oh, nee. Da gehe ich doch nicht rein. Seid ihr bescheuert? Leute, habt ihr keine... Ihr habt doch Strom. Oder sind das Solar-Dinger hier? Nee, hier ist doch Strom. Aber macht denn keiner das Licht an? Oh, nee ist... Nee, alter. Alter. Also, info... Also, nee. Wo ist der Lichtschalter? Ich brauche einen Lichtschalter. Ich hoffe, es gibt einen Lichtschalter. Und was die Tür... Nee, ich lass die Tür auf. Ich lass die auf. Oh, das ist... Da ist ein Lichtschalter. Da ist ein Lichtschalter. Schalt noch einen Schneemänner. Wieso sind hier so viele Schneemänner? Oh, eine Mietekatze. Eine süße Mietekatze. Ich könnte ja mal... Also, das Ding muss man auch einschalten. Okay. Also, noch ist hier nicht viel los. Zum Glück. Ähm, wo ist der... Wo ist der Lichtschalter? Ich hab... Da. Komm schon. Ah. Ja, es ist hell. Oh, Gott sei Dank. Ey, komm her. Komm. Kommst du. Oh, Gott sei Dank. Das Licht funktioniert. Gott sei Dank. Ist aber... Also, wenn ich gleich einen Herzenfakt bekomme hier, ne? Dann... Ja. Geht das Video wohl nicht online. Ah, zum Glück. Überall Licht anmachen. Aber hier unten wird wahrscheinlich nichts sein. Kann man die aufmachen? Ja, kann man. Na, komm her. Oh, da ist überall nichts drin. Ne, nichts drin. Was haben denn die Kollegen hier im Kühlschrank? Und den kann man nicht aufmachen. Das ist ja doof. Ah, ein paar schöne Fotos haben sie hier hinten. Schöne Landschaften. Ah, ich möchte eigentlich keine Geister sehen. Ich möchte nicht. Warum knarzt das so? Das knarzt aber eklig. Kann da mal jemand einen Tropfen Öl an die Tür machen? Licht an. Überall sind Schneemänner hier. Oh. Mann. Guck mal her. Boah, Alter. Die knarzen ja alle so die Türen. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Was steht denn da? Aus westrigstem Grab am stillsten Ort. Es tauchen auf in vollster Wanne die ruhigste und schönste dort. Dort am Morgen erscheint Sonne. Ne. Am Morgen scheinend Sonne. Also auf dem Klo. Ja. In der Badewanne. Oder was? In der vollen Badewanne. Okay. Und an einem Morgen. Oh. Aber das kommt mit der anderen. Eine Schere? Kann ich den Geist damit? Nein. Geist erstechen macht nicht wirklich Sinn. Oh. Da ist die Miezekatze wieder. Oder ist das eine andere? Aber die ist auch süß. Okay. Mein Gott. Oh, oh. Hier ist Badezimmer. Hier ist Badezimmer und auch Badewanne. Kann man hier Wasser aufdrehen? Weil da stand ja was von wegen volle Badewanne. Hey, wieso bin ich jetzt in der Badewanne? Hallo? Ich will hier wieder raus. Hä? Hallo? Wollen wir jetzt aufstehen? Kann ich jetzt hier einfach so raus? Ja, so geht's. Okay. Okay. Oh ja. Kann man anmachen, das Wasser. Okay. Aber das läuft ab, oder? So wird die nicht voll, die Wanne. Hm. Hm. Haben wir irgendwo einen Stopfen? Nicht wirklich, ne? So ein Eulenbild würde ich mir aber nicht über das Bett hängen. Also muss ich jetzt warten, bis, äh, bis es morgen wird, oder was? Aber wie kriege ich denn Wasser in die Badewanne? Ey, hier knarrt alles, ne? Das ist doch nicht normal. Gib den Hausbesitzern mal ein Kännchen Öl. Mann, 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 Mann. Ach, zum, ey, zum, ey, zum, also, ich glaub, also, ich glaub, also, ich weiß nicht. Also, wenn's hier keine Lichtschalter gäbe, ne? Ich glaub, dann wär' ich schon, da wär' ich schon raus. Hehe. Dann wär' ich schon vorbei. Schlägt das Ding auch aus, wenn ich, wenn das hier am, am Gürtel hängt? Sieht man das? Ich weiß nicht. Oder muss man das in der Hand halten? Oh, Teddybär, ey. Ach, komm schon. Also, ein bisschen, struggle ich hier mit der Bedienung. So. Ja, weil ich, ich hab' den Grip-Button, ähm, den hab' ich auf Festhalten eingestellt. Das bin ich normalerweise nicht so gewohnt, deswegen. Ach, der Teddybär ist aber auch so ein bisschen, ne? Ich glaub', der schlägt auch aus, wenn man den da am Gürtel hat, oder? Hoffe ich doch. Ach. Ach. Kinderzimmer. Das ist ja das Schlimmste. So. Geister, die Kinder sind. Und dieses Kinderlachen. Ach, krieg' ich ja zu viel, ne? Ja, hier ist aber auch nix. Ich hoffe, das kündigt sich irgendwie an. Also, Jumpscares kann ich nicht. Also, da, da ist dann Feierabend, glaub' ich. Oh, hier ist noch ne Badewanne. Könnte auch hier sein. Könnte auch hier sein. Ja, aber das läuft auch ab. So, für so wird die auch nicht voll, die Badewanne. Ich kann's ja mal anlassen, oder? Ich lass' das Wasser mal laufen. Kost' ja nix. So. Alter, ich will nicht ein Licht an. Nein, come on. Das Licht ist kaputt hier. Mach' keinen Scheiß. Wieso ist das Licht hier kaputt? Was ist das für ein fetter Rechner, alter? Krass. wieso ist hier keine birne drin doch wieso geht das licht hier nicht gefällt mir nicht ich hätte gerne licht aber gut hier sehe nichts hier geht ähnlich viel anscheinend ach das war die lampe mein gott ich krieg ich komme schon angst vor einer lampe wieso ist jetzt hier überall das licht aus nein es ist überall nein macht keinen scheiß what hat hier gerade geknarrt wieso ist jetzt hier überall gerade eben ging das licht doch verarsch mich doch nicht ach come on ist doch nicht dein ernst ist das licht funktioniert nicht mehr leute mehr jungs also gibt es irgendwo ein sicherungskasten ist bestimmt nur eine sicherung aus ich hätte gern wieder strom funktioniert das telefon kann man auch nicht nehmen ohne licht ich habe es eben noch gesagt ich dann direkt raus wäre aber noch hat hier nichts ausgeschlagen hat das sieht doch hier nach technikraum passt aus mir irgendwo ein sicherungskasten ach da ist das auto ok ist hier ein sicherungskasten ja so und jetzt jawoll jawoll ich habe wieder licht gott sei dank ich habe wieder licht ja so an für sich sieht jetzt nicht so kacke aus von der grafik und so weiter also man kann es spielen steuerung so funktioniert auch alles der grusel faktor das ist halt die große frage was passiert wenn so ein geist wirklich kommt keller natürlich keller ihr habt doch eine meise ja natürlich hier startern anbeten und so ne oder jungfrau opfern ja da kommt meine freundin leider nicht mehr in betracht jetzt ist abgefahren hat sie noch mal glück gehabt aber im geisterhaus sind keller rumlaufen gute idee gute idee aber hier ist auch nichts schlägt auch nichts aus warum 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 hat der stuhl sich gerade bewegt hier war gerade was da hat gerade was ausgeschlagen so ein bisschen zumindest der stuhl hat sich bewegt ja sonst ist hier aber auch nichts ich habe gedacht das ding schlägt ein bisschen früher aus muss man ja richtig nah ran anscheinend ich glaube ich gehe jetzt mal kurz gucken was die badewanne macht hey so wird die nicht voll ganz vergessen ich weiß aber nicht wie ich die badewanne voll kriege keine ahnung das kriege ich voll das waschbecken kriege ich voll aber da stand doch wanne nicht becken kann natürlich auch ein übersetzungsfehler sein aber ach jetzt habe ich hier auch licht ok ein leitfaden für geister jäger für überlebende geister 3 sanity 5 ausrüstung sind was was war das schon wieder komische geräusche hier und sie wir gefunden haben glauben wir der geist ist ein spiel wird ja noch habe ich gar nichts gefunden das dauert schon ziemlich lange so die erste session hier ich meine vielleicht mache ich auch irgendwas falsch kann natürlich sein ist im bereich das möglich nein die sicherung ist schon wieder rausgeflogen ist nicht euer was ist denn das für eine scheiße elektronik in dem haus hier wo war das hier ne warum fliegt denn hier ständig die sicherung aus mache ich zu viel licht an oder was schrecklich ja ich weiß nicht ich glaube ich mache irgendwas falsch oder war ich hier schon ja kinderzimmer mf 5 er ist doch fast komplett ausschlag ja irgendwie wo sind denn jetzt hier die geister war ich hier doch hier war ich doch hier war ich ja ja hier war ich schon ich muss das ding einfach irgendwie überall mal dran halten ich denke mal im wohnzimmer wird es nicht sein gleich nochmal in den keller runter ja also bis jetzt tut sich hier noch nicht so viel gut der stuhl hat sich eben bewegt im keller aber das war auch so ziemlich alles wo waren der keller nochmal hä wo waren der keller ach hier hier ne jeden fall mit licht ohne licht gehe ich hier nicht runter komische geräusche hier so hier war der eben mal kurz an dem stuhl oder muss man das licht ausmachen damit er kommt das ist natürlich theoretisch auch im bereich des möglichen ich gehe nochmal in den in den twack zurück na wieso läuft der jetzt nicht mehr und auch so ach das habe ich schon erledigt der der kleine ausschlag nice finde mit dem mf beweise für das übernatürliche habe ich nice erreiche eine durchschnittliche durchschnittliche sanity von unter 25 was ist denn sanity bitte also das ding brauche ich nicht mehr theoretisch ich meine gut das warnt mich noch aber was ist denn eine sanity ich kenne nur sanitär ich habe keine ahnung ich muss auch ein bisschen darauf achten dass ich ist das ja die sanity 78 prozent jetzt oder was ich muss auch ein bisschen darauf achten nicht mehr zurückgeben kann ich weiß gar nicht wie lange spiele ich jetzt schon geht glaube ich schon auf eine stunde zu oder also ich denke mal das ist die sanity hier ne ach da steht es doch auch sanity wert ja gut 80 prozent wie kriege ich die denn runter viel bewegung anscheinend nicht 76 ja ich mach doch gar nix warum schwankt das denn so erreiche eine durch also unter 25 prozent aber wie was muss ich dafür tun ja das ist der keller ne ach leute was ich jetzt schrecklich finden würde wenn jetzt zu meinem schatten noch ein anderer schatten kommen würde ich glaube dann würde ich rennen also ich denke mal dass er im keller ist der war ja eben im keller vielleicht vielleicht muss ich wirklich das licht ausschalten schalten habe ich ein feuerzeug ich würde gerne die kerzen anzünden das Spiel, der zieht sich schon in die Länge, ne? Also oder ich mache irgendwas generell falsch kann natürlich sein soll ich mal das Licht ausmachen bin ich zwar kein Fan von, aber vielleicht passiert dann was ja, jetzt passiert tatsächlich was ach Leute, ich will aber nicht ohne Licht ich mache mal ein bisschen leiser ich mache die Pico mal ein bisschen leiser nicht, dass ich hier gleich einen Schock fürs Leben bekommen er war doch gerade hier wo ist er hin? er war doch gerade noch hier nicht verarschen hm jetzt wieder weg so, dann mache ich hier auch mal das Licht aus? ist mir aber zu düster hier ja Leute, ich weiß es doch auch nicht hier tut sich nichts also ab und zu mal hier ein Ausschlag auf dem Geigerzähler hier sonst tut sich hier nicht viel ich glaube ich glaube das wird mir langsam auch zu spät ehrlich gesagt aber ich glaube ich würde es dann doch behalten das Game, weil ich muss dann wohl nochmal zocken weil ich weiß nicht noch kann ich es nicht nicht sagen ob es was für mich ist ehrlich gesagt wobei jetzt ist oder der oder macht der Geist das Licht aus? ich habe jetzt nichts gemacht und die Sicherung ist raus also ist der Geist das oder was? ja das war der Geist der war gerade hier der war gerade hier war doch gerade hier der hat die Sicherung ausgemacht hundertprozentig ich gehe nochmal runter da ist er doch ja der ist doch hier und jetzt? ja wie kriege ich denn denn jetzt dazu mich zu jagen? verstehe ich nicht ich verstehe es nicht so ganz und es dauert mir ehrlich gesagt zu lange irgendwo hier hat was geknarzt ja keiner also ehrlich gesagt ist mir zu langwierig gerade der holt mir zu lange was haben wir denn hier noch? soll ich mal was anderes mitnehmen? das knicklich das knicklich brauche ich nicht soll ich das mal mitnehmen? komm ich nehme das mal mit entkomme dem Geist während einer Jagd ja würde ich ja tun aber oder zumindest versuchen aber was ist dunkel hier? mit dem Radio scheint jetzt auch nicht viel zu beugen ja was soll ich das machen? was soll ich das machen? das kann ja jetzt hier noch fünf Stunden dauern da hab ich ja schon keinen Bock drauf ne? was das? ein Laserpointer? ja also meine Zenity ist auf jeden Fall schon runtergegangen was auch immer das bedeutet ich bin mir eigentlich also der war jetzt mehrmals im Keller aber er tut halt nichts tja ich glaube das muss ich nochmal testen gucken ob es dann vielleicht ein bisschen schneller geht ehrlich gesagt also so langwierig also wenn er so lange dauert jedes Mal ich glaube da bin ich raus ich glaube dann verliere ich die Lust einfach tja keine ahnung ich wüsste jetzt nicht weil ich war ja überall also von daher unten im Keller wackelt mal der Stuhl das Ding schlägt mal ein bisschen aus aber mehr mehr ist nicht vielleicht mache ich auch grundlegend was falsch dann versuche ich das beim nächsten Mal nochmal aber ansonsten jetzt gerade im Moment fehlt mir eine Idee was ich hier noch tun soll ich habe nicht zufällig irgendwo ein Feuerzeug um die Kerzen anzuzünden das wäre jetzt so das was mir einfallen würde hä was ist das ist das der der Deckel von den Sicherungen oder was ich höre Schritte oh nein oh nein oh nein ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen wieso kann ich jetzt nicht laufen ich muss ich muss laufen oh mein Gott ich habe ihn gesehen das war ein Kind oder alter alter ich habe ganz schnell den Ton leise gemacht aber ich weiß nicht ob das was für mich oh Gott ich habe meinen EMF-Dingens da den habe ich verloren den habe ich einfach fallen lassen aber ich musste ja irgendwie die Tür aufmachen alter boah ne ich weiß nicht ob ich mir das antun kann regelmäßig da habe ich gerade schon also da ging mir gerade schon die Pumpe also ich meine auf dem Monitor ist das vielleicht ja noch was anderes aber ich spiele einfach keine Monitor-Spiele mehr das Thema ist für mich erledigt auf dem Monitor könnte ich mir aber vorstellen teils ist halt nicht so gruselig da ist das da weiß man also ja ich meine gut ich weiß jetzt auch dass das nicht echt ist klar aber hier in 3D drin zu sein in VR das ist halt was völlig anderes boah da habe ich gerade echt Schiss bekommen leck mich da liegt er den habe ich fallen lassen hier ich habe gedacht der würde drin liegen alter Schwede hat jetzt aber gedauert bis der kam ne ob der noch da ist wahrscheinlich nicht ne ich denke mal der ist jetzt wieder weg erstmal Moment wo ist der Lichtschalter da hinten da hat er die Sicherung schon wieder ausgemacht ja gut egal ähm ich denke mal das reicht jetzt auch ich denke mal unter diese 25% komme ich nicht wenn überhaupt in ein paar Stunden oder so ich weiß ja auch gar nicht wie was was den Sanity Wert beeinflusst ich habe keinen blassen Schimmer von daher denke ich mal lasse ich das jetzt aus also 2 von 3 Sachen habe ich erledigt das reicht mir jetzt erstmal ja was denkt ihr ich denke nicht ich denke nicht ich denke ich bin da ein bisschen zu sehr ein Schisser also es war gerade schon heftig ne also es war wirklich heftig als ich die Schritte gehört habe habe ich schon gedacht ach du scheiße ne ne ja und dann und das war ich meine das war ein Kind und das ist ja dann nochmal schlimmer also Kindergeister sind ja nochmal schlimmer also so ich habe es so im Augenwinkel habe ich nur was gesehen und ich meine das war so Kindergröße ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich das weiter machen möchte gut ich ich werde es nicht jetzt entscheiden ich überlege mir das noch und dann schauen wir mal ob ihr das noch öfters zu sehen bekommt hier oder nicht mal sehen jetzt bin ich erstmal raus das reicht jetzt erstmal vor allem muss ich gleich schlafen können auf die probe stellen deswegen bin ich jetzt erstmal raus bis dann bye bye ciao deswegen bin ich jetzt erstmal raus falls das jetzt irgendwie nicht geklappt hat mit der Aufnahme sage ich es nochmal jetzt bin ich erstmal raus und bis zum nächsten Mal bye bye ciao go Bis zum nächsten Mal.